Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P-Range Talk. Ich freue mich sehr, heute Andi Weishaupt bei mir auf der Couch begrüßen zu dürfen. Hallo Andi. Hallo Kerstin, schön hier zu sein. Vielen ist Andi Weishaupt sicher ein Begriff. Er ist Hufschmied, kommt gebürtig aus der Schweiz, lebt jetzt in Ungarn und wie es zu dem Ganzen kam und wieso er jetzt eisenlos unterwegs ist, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ja, ich bin gespannt und freue mich natürlich. Andi, ich habe dich ja ein bisschen gegoogelt und da stand Sohn eines Vorhalters. Kannst du uns einmal sagen, wie du aufgewachsen bist? Also es sind ja quasi Pferde schon immer ein Teil deines Lebens. Ja, und zwar Vorhalter ist, war eigentlich, oder ist ja, sagen wir nicht, heute noch den Vorhaltern, den Lastwagenunternehmen und die sind ja auch Vorhalter. Mein Papa war Vorhalter mit den Pferden und ich bin auf dem Kutschbock aufgewachsen sozusagen, also in einer komplett anderen Welt als heute, wo das Pferd noch ein Nutztier war. Also die Pferde waren jeden Tag acht bis zehn Stunden auf der Strasse unterwegs. Die mussten, zum Mittag mussten die noch gepresstes Heu mit Melasse getränkt fressen, damit die nachmittags wieder genug Energie hatten, um zu arbeiten. Okay. Es gab noch keine Zahnärzte für die Pferde, es gab noch keine Therapeuten, jeglicher Couleur, es gab nur den Tierarzt und den Rufschwind und den Reitlehrer. Aber ansonsten wurden die Pferde genutzt. Und welche Pferderasse habt ihr damals eingesetzt oder gab es da spezielle Rassen dafür? Mein Papa hat immer Ungarn, Ungarn ist wie Halbblut und immer weisse Pferde, weil der Papa, der hat am Wochenende auch Hochzeitsfahrten gemacht, also von der Kirche weg, das Brautpaar gefahren oder Gesellschaftsfahrten. Und dafür braucht man natürlich weisse Pferde vor der dunklen Kutsche, natürlich viel schöner. Und sein Papa, mein Grosspapa, der hat immer schwarze Pferde, weil der auch Bestattungen gefahren hat. Okay. Sehr interessant. Das heisst, du bist mit Pferden gross geworden. War das für dich schön? Weil ich kenne einige, die eben mit Pferden gross werden. Dann merkt man, okay, das ist eigentlich immer schon Arbeit. Macht das dann Spass? Oder sagt man, eigentlich hat man die halt, weil man sie nutzt? Oder war das für dich schon immer Leidenschaft? Nein, es war immer Arbeit. Es war wie ob ich immer Arbeit und ich musste auch immer vor dem Wochenende mussten immer die Geschirre geputzt und poliert werden. Okay. Die Kutsche auf Hochglanz gebracht werden. Die Pferde schamponiert und die weissen Pferde, die weiss gemacht werden. Und ich habe viel Freizeit, musste ich mit den Pferden verbringen oder auf dem Kutschbock verbringen. Und das war nicht immer ganz einfach. Und ich wollte nie was mit Pferden zu tun haben, weil ich gesehen habe, was so ein Pferd eigentlich für eine Belastung ist im Alltag. Wollte auch immer irgendwas mit Holz machen, beruflich. Und ja, weil ich mir helfen musste zu Hause. Da war ich 13 Jahre alt, habe ich meinem Papa gesagt, also jetzt in den Sommerferien, wenn ich so viel arbeiten muss, sollte da mal ein bisschen Taschengeld reinkommen. Dann hat er gesagt, ja, ich soll doch mal beim Schmied im Dorf anfragen, ob ich bei ihm arbeiten kann. Und dann hat er mir so klammheimlich hinterrücks eine Schnupperlehre beim Dorfschmied eingeschädelt. Und da hat es mir auf den Ärmel dann reingenommen, weil es ist die absolute Faszination, was man mit Feuer, mit Kraft und ein bisschen Wärme aus einem Stück kalten Eisen machen kann. Es gibt so viele fantastische Dinge, die man aus Eisen mit Feuer machen kann. Es muss nicht immer ein Rufeisen sein. Es gibt wunderschöne Sachen, die man daraus machen kann. Und dann war für mich klar mit 13 Jahren, ich möchte Schmied werden. Ein Teil der Ausbildung findet auch in der Armee statt. Also ich habe die Rottenschule als Wundschmied gemacht. Und da habe ich eigentlich die Leidenschaft für den Beschlag, für den Pferdebeschlag erlegt. Ich bin ein wenig talentierter Schmied, also Kunstschmied. Ja, am Ambus bin ich sehr wenig talentiert. Mein Talent lag mehr bei den Pferden und dem Eisenbeschlag. Okay. Und du hast gesagt, da hat es mir den Ärmel reingenommen. Das ist eine Redewendung vermutlich. Ja. Die heißt, es hat mein Feuer entfacht. Genau. Jetzt haben wir den Ärmel reingezogen. Und mich nicht mehr losgelassen. Das heißt, du hast dann die Lehre als Hufschmied gemacht und dann natürlich auch als Hufschmied praktiziert? Genau. Also die Lehre in der Schweiz ist Hufschmied ein Ausbildungsberuf, der vier Jahre dauert. In Deutschland ist ja der Hufschmied eine Zusatzausbildung. Okay. Da muss man zuerst mittlerweile reist irgendein Beruf, den man gelehrt hat und dann macht man zwei Jahre eine Zusatzausbildung. Früher musste man auch in Deutschland, wenn man Hufschmied lernen wollte, musste man eine Metallerlehre absolviert haben und dann konnte man Hufschmied lernen. Also in der Schweiz ist das eine Ausbildung. Ich bin mit 15 Jahren in die Ausbildung gekommen und war mit 19 Jahren dann fertig. Ich habe auch eben eine Rekrutenschule gemacht und mit 21 Jahren wurde ich selbstständig und habe dann jeden Tag Pferde beschlagen. Okay. Wahrscheinlich auch gut zu tun gehabt, oder? Grundsätzlich. Immer gut zu tun gehabt. Anfangs war es natürlich ein bisschen schwieriger, bis man seinen Weg gefunden hat. Und auch viele Jahre Pferde beschlagen, mir jeden Tag auf die Schultern gekropft, wie toll, dass ich Pferde beschlage, weil ich dann ein toller Kerl bin. Und so im Nachhinein sehe ich Fotos von Pferden, die ich beschlagen habe, auf das ich nicht mehr wirklich stolz bin. Okay. Warst du von Anfang an dann selbstständig nach deiner Lehre oder warst du erst Angestellter Hufschmied? Wie ist das gelaufen? Ich glaube, ich war zwei Jahre angestellt. Eben mit 19 war ich fertig mit der Lehre und mit 21 wurde ich selbstständig. Und in der Zeit hast du dann gemerkt, es muss noch mehr geben. Wenn du jetzt sagst, du hast die Bilder oder wenn du die jetzt siehst, wie kam es zu dem Umdenken? Oder was ist in dir entstanden, dass dich das zum Umdenken gebracht hat? Ah nein, das war viel, 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 viel später. Und viele tausend Pferde später war das erste, ich habe jeden Tag meinen Job gemacht, jeden Tag am Pferd. Und ich war zufrieden, die Leute, die Kunden waren zufrieden, aber es hat mich nicht mehr befriedigt. Okay. Das heisst, ich ging immer wieder vom Pferd weg und dachte, da muss irgendwas, es muss was anderes geben noch. Habe auch in der Zeit, ich glaube, wie alt bin ich jetzt, etwa 30 Jahre oder 31 Jahre bin ich auf dem Beruf. Und sicher 20 Jahre habe ich Eisen gemacht. Okay. Bis eben das tiefe Gefühl kam, irgendwas passt nicht. Und in der Zeit, in diesen 20 Jahren, habe ich auch viele Weiterbildungen gemacht. Das Problem an den Hufschmiede-Weiterbildungen war einfach, wir haben nur neue Hufeisen präsentiert, neue Sohlen, neue Polster. Also nur neue Produkte, um das Pflaster draufzumachen, weil ein Hufbeschlag oder ein Eisenbeschlag ist nichts anderes als ein Pflaster. Nein, Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung. Und das hat mich, ja, das hat mich belastet, hat mich dann umgeschaut, was gibt es in Sachen Hufen, weil nie hat jemand über den Huf geredet, hat jeder immer nur über Beschläge, Polster und Verbesserungen der Mechanik erzählt, aber keiner, wie man Hufen macht. Ich bin dann über die F-Balance gestolpert, habe da mal einen Kurs gemacht, habe mir das angeschaut, habe es umgesetzt und ja, es war ziemlich zufriedenstellend, die Erwebnisse. Kannst du in groben Zügen erklären, was F-Balance bedeutet? Also ist das dann schon was komplett ohne Eisen oder eine spezielle Technik, Hufe zu bearbeiten? Nein, F-Balance heisst eigentlich einfach die Flexibilität des Hufes berücksichtigen und den natürlichen Grenzen entlang auszuschneiden. Also ich bin nicht dafür, dass man da noch Eisen drauf macht, aber Daniel Anz besteht darauf, dass man auch Eisen drauf machen kann. Aber immer wenn man von Flexibilität redet und dann mit dem starren Hufeisen arbeitet, passt das für mich noch zusammen. Und du hast vorhin gesagt, Symptombekämpfung, aber nicht Ursache. Das heisst Symptom, wieso brauche ich Eisen, weil ich zu viel Abrieb habe? Oder Symptom, mein Pferd ist lahm, dann muss er Eisen helfen? Alles, ja. Oder vor allem sind viele Ursachen menschgemacht. Falsche Böden, falsche Fütterung, falsche Haltung, falsches Training. Viele Ursachen sind menschgemacht. Und dann kommen wir und klatschen irgendwas auf den Huf, um diese von uns gemachten Fehler zu korrigieren. Und ich behaupte auch nicht, dass jedes Pferd barruf laufen kann oder soll. Meine Intention ist, dass jedes Pferd dort, wo es am meisten Zeit des Tages verbringt, barruf sein kann. Und das ist nun mal Stall oder Auslauf. Und wenn das Pferd nicht fähig ist, in seinem Auslauf barfuß zu sein, dann liegt es an uns, sind wir in der Verantwortung, die Böden so zu formen, dass das Pferd zumindest da wohlstehen kann oder zufrieden barruf sein kann? Ich glaube, da müssen wir umziehen. Also Bayern ist tatsächlich einfach, ja, wenn du irgendwo reingräbst, dir kommen einfach Steine entgegen. Wir hatten jetzt so viele Wassermassen, wenn ich da sehe, wie die Wege, also die Laufwege auf unsere Pferde, wenn die ausgeschwemmt sind, was da rauskommt, das sind dann zum Teil auch noch Hänge. Also das neu zu besandten oder auch dann neu zu begrünen, dass eben wieder was hält. Aber ja, ich verstehe deinen Ansatz. Also ich bin da schon konform, grundsätzlich auch eben mit den Hufen, dass man nicht einfach ein Pflaster drauf gibt und sagt, das passt dann schon so. Und ich finde, dass das Thema Huf ein Thema ist, das schon sensibel ist und auch mehr deutlich werden soll, dass auch, ja, das Pferd steht halt 24 Stunden drauf. Also wenn da was nicht passt und wir wissen alle, wenn wir Schuhe haben, mit denen wir nicht zufrieden sind, gehen wir auch nicht sehr gut. Ja, genau. Und nochmal, ich möchte auch nochmal auf meinen Papa zurückkommen, um nochmal den Unterschied zu erklären. Die Pferde waren jeden Tag acht bis zehn Stunden auf dem Asphalt unterwegs. Die brauchen Hufeisen, die haben Hufeisen gebraucht, die haben Hufeisen mit Videastiften, mit Stollen, Halbauftrag aufgeschweißt, gebraucht, damit die Hufeisen überhaupt sechs Wochen auf dem Hufeisen geblieben sind, weil die so viel Abrier. Ja, das kannst du vergessen mit Hufschuhen oder Kunststoffbeschlägen und so weiter, kriegst du nicht hin. Da brauchen die Eisen. Aber die waren dann auch mit 18, 19 Jahren, waren die Pferde durch, weil sie einfach durchgelaufen waren. Kartrose, alle Probleme, die kommen, wenn Pferde gearbeitet werden. Und ich hatte einen Vortrag zum Symposium Pferd an der FET-Uni in Zürich über alternative Beschläge und Bauerhof. Und bei meinem Recherchen für den Vortrag bin ich wieder eine Studie von 2003 gestolpert. Die wurde in der Schweiz gemacht. Und ein durchschnittliches Pferd wurde 2003 in der Schweiz 4,5 Stunden in der Woche gearbeitet. Das heisst, 163,5 Stunden stehen die Pferde rum. Und warum, und dann verstehe ich nicht, warum braucht ein Pferd diese 163,5 Stunden einen permanenten Hufschutz. Und das ist mein Ansatz, wo ich eigentlich an arbeiten will. Nicht, dass ein Pferd jeden Tag ausreiten soll ohne Hufreisen, ohne Hufschutz. Schönerle soll ohne Hufschutz stehen können. Ja, ist ein Ansatz, den man sich einfach auch durch den Kopf gehen lassen sollte. Dass man einfach schaut, wo wohnt mein Pferd? Brauche ich wirklich Eisen oder kann ich es vielleicht wieder mal abnehmen? Eben, dass man sich dazu mehr Gedanken macht. Aber jetzt gehen wir einmal nochmal zurück zu deinem Werdegang. F-Balance waren wir noch. Das heisst, das war eine Weiterbildung? Ja, es war eine Weiterbildung. Drei Tage und ich habe das gemacht, aufgenommen, versucht und das Ergebnis war eigentlich gut. Ich habe dann weitere Kurse gemacht. Und dann waren wir auch mit der F-Balance an der Pferd-Bodensee. Ich glaube, das war 2000, keine Ahnung, was das war. Ein bisschen durcheinander mit den Jahreszahlen. Ich kann es nicht mehr so genau nachvollziehen. Auf jeden Fall war da eine ganze Truppe F-Balance, die schon länger dabei waren. Und da waren wir an der Pferd-Bodensee mit dem gestandenen F-Balance. Und niemand wollte den Vortrag über die F-Balance machen. Ich habe dann gesagt, wie mache ich das? Obwohl ich das Drainhorn war. Ich habe den gemacht. Die Leute sind stehen geblieben im Gang. Ich habe mir zugerührt, was ich nie erlaubt hätte. Und plötzlich ist es ja erstaunlich, wie ich den Leuten etwas erzählen kann. Und so wurde eigentlich meine Leidenschaft für Vorträge und Kurse geweckt. Ich habe dann auch eine F-Balance-Akademie gehabt. Also ich habe auch Leute für die F-Balance ausgebildet. In der Zeit sehr, sehr viele Rufmenschen kennengelernt. Von allen Bearbeitungstheren, jeglichen Couleurs. Und es war brutal spannend. Ich habe so viele Berufe gelernt. Und die haben dann auch gemerkt, die F-Balance ist zu wenig. Das ist nur ein kleines Stück vom ganzen Huf. Ich sollte dann auch nur das erzählen, was er mir gesagt hat, was ich erzählen darf meinen Teilnehmern. Ich hätte jeden zertifizieren sollen. Also egal, ob er eine Vorkenntnis hat oder nicht. Innerhalb von zwei Tageskurse hätte ich ihn als F-Balance aufgearbeitet, zertifizieren sollen. Man hat sich immer gesagt, das mache ich nicht. Und so haben wir uns dann getrennt. Und daraus habe ich die Ruf-Balance gemacht, weil die Ruf-Balance geht viel tiefer. Der Fokus ist nicht nur auf den Stresspunkten. Der Fokus ist auf den verschiedenen Strukturen vom Ruf. Wie ist der Ruf geformt? Wie sieht der Ruf aus? Was zeigt mir der Ruf? Ja, und die Ergebnisse sind sehr gut. Also sehr, sehr viele zufriedene Teilnehmer an meinen Kursen. Und man hat mir auch glücklich und die Feedback sind auch sehr gut. Ja. Sehr schön. So hast du dich von einem zum nächsten entwickelt und bist jetzt aber tatsächlich auch, oder deine Philosophie beschreibt, Pferde ohne Hufeisen, also zumindest ohne starre Eisen im klassischen Sinn. Ja. Und man hört ja ganz oft, Hufeisen schalten den Hufmechanismus aus. Kannst du das einmal kurz erklären? Was passiert denn eigentlich bei meinem Pferd, wenn ich permanenten Hufschutz anbringe? Also permanenten Hufschutz, eben nicht, wo es unterscheiden ist, ist es ein starren permanenter Hufschutz oder ein flexibler permanenter Hufschutz. Ein Hufeisen ist ein starren permanenter Hufschutz. Und ein starren permanenter Hufschutz schränkt in erster Linie schon einmal die Propriozeption ein. Also die Propriozeption ist das unbewusste Nervensystem, was wir auch haben, wenn wir über unebene Böden laufen, spürt unser propriozeptives System, welche Muskeln oder Faszien angespannt werden müssen, damit wir nicht einknüpfen. Wenn wir einen Sternbeschlag drauf machen, oder ich vergleiche es immer so gerne, ich trage gerne Barfußschuhe im Sommer, da kann ich über alles draus laufen, ich stolpere ihn, und im Winter, wenn es kalt ist, trage ich gerne Holzschuhe mit Holzsohlen, weil die schön warm sind. Und da stolpere ich einfach jeden fünften Schritt, weil das Propriozeptives System ausgeschalten ist. Da läuft es und knickst du wieder an. Du musst dich immer selber konzentrieren, wie läuft er. Und ich glaube, das ist das grösste Problem, wenn wir ein Ufeisen drunter machen, ist diese Propriozeption. Okay. Das Pferd spürt den Boden nicht mehr so gut. Auch wenn wir sehen, die Schweden, die sind ja sehr, sehr erfolgreich international mit Barrufspringpferden. Und ich glaube nicht, dass das bessere Pferde sind. Ich glaube einfach, dass die viel mehr Gefühl in den Hufen haben, weil sie Barruf unterwegs sind. Okay. Sie spüren den Absprung besser, sie spüren in der Wolte, spüren sie besser, wie sie in die Kurve liegen müssen, sie spüren die Gehandlung besser. Sie haben einfach mehr Gefühle. Und der Rufmechanismus an sich, viele reden ja immer vom horizontalen Mechanismus. Okay. Und es gibt auch den vertikalen Hufmechanismus, also der vertikale Hufmechanismus, der auch einen grossen Teil der Stossdämpfung beinhaltet vom Pferd, der ist komplett ausgeschaltet. Weil wir ein starres Eisen haben, diese Bewegung ist ausgeschaltet. Und die horizontale Bewegung, also dass sich der Huf weitet, belegen die Hufschmiede auch immer sehr gerne mit diesen Scheuerinnen, nennt man die, im Hufreissen, wo man sieht, dass sich der Huf bewegt. Aber das Problem ist, je tiefer diese Scheuerinnen sind, desto schlechter ist der Huf in der Ballos. Okay. Also je mehr Druck ich zum Beispiel auf den Trachten habe, desto mehr Bewegung habe vom hinteren Hufbereich, desto tiefer werden diese Scheuerinnen. Und das nehmen wird dann gerne als Ansatz genommen, dass der Hufmechanismus trotzdem funktioniert unter dem Hufreissen. Ein schönes Beispiel ist dafür, dass die Pferde, die beschlagenen Pferde, die haben eine Rutschfasse, wenn sie auffossen. Die rutschen immer leicht. Und sie müssen leicht rutschen, weil sie mit dem Hufreissen nicht mehr dieselbe Stossdämpfung haben wie Barhof. Und um diese Schläge abzufangen, rutschen sie leicht, um beim Auffossen die ersten Schläge zu Stossdämpfen. Wenn ich die Eisen runternehme und Kunststoffbeschlag drauf mache, will das Pferd immer noch rutschen, weil sich diese Bewegung angewöhnt hat, obwohl es gar nicht mehr nötig wäre. Wenn ich von einem Barhofpferd einen Kunststoffbeschlag drauf mache, dann haben wir auch ein bisschen Radierbumieffekt nicht. Weil ein Kunststoffbeschlag ist viel näher am Barhof, als ein Eisenbeschlag. Und trotzdem wird immer noch von vielen Tierärzten gesagt, wir ja bloß keine Kunststoffeisen drauf machen, weil die stoppen. Aber die stoppen nicht, die stoppen nur dann, wenn wir vom Eisen umstellen und das Pferd eine falsche Bewegung drin hat. Also wir haben tatsächlich schon Pferde im Bild mit Kunststoff und wenn du die bergab geführt hast einfach und weit beobachtet hast, sind die zum Teil so gelaufen und mir kam es schon so vor, als wollten die bremsen. Und das war jetzt zum Beispiel die eine, die mir gerade einfällt, ein Jungpferd, die hat vorher noch keinen Hufschutz gehabt, die ist halt relativ kurz geworden, eben bei uns durch Training und durch, nein, wir haben halt einfach harte Böden. Allerdings kann ich nicht sagen, wie sich die entwickelt hat, weil die dann nach Hause gegangen ist. Aber das ist definitiv, ist mir schon aufgefallen, dass die vorher halt ganz normal aufgefußt hat und dann in diese Bewegung kam. Allerdings ist das auch nur bergab aufgefallen. Müssen wir tatsächlich wahrscheinlich einfach auch sehen, wie sich das in der Langzeit entwickelt und was die tatsächlich auch für einen Kunststoffbeschlag hatte. Das kann ich jetzt auch nicht. Ja, wichtiger ist natürlich auch die Hufzubereitung und die Zubereitung von Beschlägen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie du gesehen hast, können wir einen Gang sehr positiv beeinflussen, wenn wir das Pferd respektieren. Wenn wir nicht einfach hingehen und sagen, das Pferd muss gerade Beine haben, sondern wenn wir respektieren, wie das Pferd dasteht und dementsprechend auch den Huf bearbeiten. Hast du gesehen, wir können dieses Drehen vom Sprunggelenk beim Abfuss und das kriegen wir komplett weg, ohne dass das unsere Idee war. Also ich gehe nicht zum Pferd und denke, scheisse, der dreht seine Sprunggelenke, sondern ich schaue mir den Huf an und schaue, was zeigt mir der Huf. Wo möchte er gekürzt werden? Wo möchte er länger gelassen werden? Oder was braucht der Huf? Und wenn ich lesen kann, was der Huf braucht, dann passt es auch zum Pferd. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich höre auch immer sehr gern zu, weil es einfach ja ein Thema ist. Klar, als Pferdetrainer, du weißt, auf was es ungefähr ankommt, aber so ins Detail ist es tatsächlich sehr, sehr spannend. Du gibst sehr, sehr viele Kurse und die sind auch für alle Menschen. Also ob ich jetzt schon Erfahrung habe mit Hufschmied Arbeit oder kann ich auch als einfach Freizeitreiter sagen, hey, ich würde gerne einen Kurs besuchen. Ist das irgendwie, gibt es da? Auf jeden Fall, ja. Du kannst als Hufschmied, als Profi, als Hufbearbeiterprofi, der schon zehn Jahre im Beruf ist oder als absoluter Laie, der noch nie ein Werkzeug in der Hand hatte, kannst du da gleichermaßen teilnehmen und jeder wird davon profitieren. Und angenommen, mein Pferd kann einfach nicht barruflaufen. Sei es der Untergrund, sei es einfach die Nutzung, dass es wirklich viel gearbeitet wird. Wie gehe ich denn dann vor? Hufschuhe, habe ich mich jetzt ein bisschen damit befasst, sind so, dass die, die ich habe, mein Pferd eher so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er hat Flipflops an und muss sich immer bemühen, dass er da nicht rausrutscht. Die passen und die liegen gut an, aber wenn der eben auffusst, dann kommt mir das so vor, als würde ich in Flipflops gehen und muss immer schauen, dass ich da nicht rausrutsche und ich hasse zum Beispiel Flipflops, weil ich das Gefühl nicht mag, wenn da zwischen den Zähnen so ein Ding ist. Da gibt es aber wahrscheinlich auch mittlerweile so viele, dass es da wahrscheinlich schwierig ist, was Gutes zu finden oder ist dann eben der Kunststoffbeschlag der Weg oder dann doch wieder Eisen. Wie findet man da den Weg oder das Passende für das jeweilige Pferd? Ja, das ist relativ schwierig, weil es kommt auch auf den Kunden darauf an. Weil wenn du ein erfolgreiches Barrufpferd brauchen wir Bearbeiter, die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Es geht nicht, wenn wir einfach kommen, die Hufe gut machen und dem Kunden ist das dann scheißegal die nächsten sechs Wochen, dann funktioniert es nicht, weil der Kunde, der muss genauso davon überzogen sein und das genauso wollen wie ich. Und dann versucht man verschiedene Wege, also man versucht verschiedene Hufschuhe, wenn einer nicht passt. Es gibt so viele verschiedene Sorten und da gibt es auch ganz dünne, ganz feine, wie es Pferd kaum merkt. Dann muss man wieder unterscheiden, braucht das Pferd einen Hufschuh für einen halben Tag für 24 Stunden oder braucht es nur einen Hufschuh, um sich zu bewegen draussen. Weil viele Hufschuhe, die eigentlich sehr gut am Huf liegen, sind nicht geeignet, sie 24 Stunden drauf zu haben. Und dann gibt es auch sehr viele Kunden, die extrem bequem sind. Habe ich bemerkt, als ich viele meiner beschlagenen Kunden auf Dau rumgestellt habe, hat immer noch Eisen im Auto und dann sind die Kunden wieder gekommen, mach mir doch Eisen drauf. Und ich, warum soll ich Eisen drauf machen? Der läuft ja super drauf. Es ist so mühsam, dem die Hufschuhe anzuziehen und dann wieder auszuziehen. Du hast zwei, drei Kinder, denen du siebenmal am Tag die Schuhe an- und ausziehst und dann bei deinem Pferd machst du einen riesen Aufstand, weil du einmal am Tag für zwei Stunden die Schuhe anziehen musst, obwohl es ihm viel besser geht damit. Und viele Menschen sind dann einfach auch bequem. Ja, das ist auch wieder einfach offen sein für die verschiedenen Möglichkeiten und das Beste für sein Pferd finden. Ja, es ist einfach in der heutigen Zeit, behaupte ich jetzt mal grün, ist das Hufweisen als permanenter Beschlag die schlechteste Wahl von allen Möglichkeiten, die du haben kannst. Weißt du was? Die flexiblen Beschläge, die viel näher am Ruf sind, die viel weniger negative Einwirkungen haben als starres Hufweisen auf dieser flexiblen Hornkapsel. Und es konnte mir noch keiner auf nur eine einzige Graubheit oder orthopädische Auffälligkeit nennen, die zwingend Hufweisen braucht. Aber das heißt, angenommen, ich möchte jetzt versuchen, dass mein Pferd Barhof bleibt. Es hat noch nie Eisen gehabt und es soll Barhof bleiben. Würdest du dann auch sagen, man soll zum Beispiel das Training anpassen und statt sechsmal die Woche bloß noch zwei, dreimal in der Woche arbeiten, ihn zu verhindern, dass man zu viel Abrieb hat oder dann lieber auf doch Kunststoffbeschlag oder Hufschuhe gehen? Wie kann man das für sich am besten lösen? Es kommt natürlich darauf an, wie du trainierst. Was hast du für einen Boden? Wenn du einen extrem abrasiven Boden in der Halle hast, also eigentlich Sand sollte eigentlich nicht sehr abrasiv sein und das sollte dem Huf auch keine Rolle spielen, der jetzt erst mal in der Woche da läuft. Und auf einen gut bearbeiteten Huf sollte selber genügend Material nachschieben. Also ein Pferd ist ja nicht doof, oder die Natur ist perfekt und gemerkt, dass wenn es zu viel Abrieb hat, das Huf nachgeschoben werden muss. Das kann aber nur funktionieren, wenn der Huf in Balance ist. das heißt, einfach schon richtig bearbeitet. Das heißt, wenn du jetzt angenommen schneide den komplett falsch aus, dann kann es auch sein, dass mein Pferd eben nicht mehr entsprechend Material nachschiebt. Genau, wenn der Hufmechanismus oder die Hufmechanik eingeschränkt ist, oder wenn wir keine regelmäßige Durchblutung haben, und das ist auf der Punkt von der Balance, was heißt eigentlich Balance? Balance heißt eigentlich nichts anderes, als dass alle Strukturen gleichmässig belastet sind. Ich darf nicht hingehen und sagen, oh mein Pferd steht zehn weit, ich muss jetzt irgendwo mehr wegschneiden und mehr stehen lassen, damit das Pferd gerade steht, weil dort, wo ich mehr Druck habe, ist weniger Durchblutung. Dort, wo weniger Durchblutung ist, ist weniger Wachstum, dort, wo weniger Wachstum ist, braucht einen Hufschutz. Und wenn wir das Pferd in seine Balance stellen und die Strukturen gleichmässig belastet, dann wird das erstens schon mal ohne große Auffälligkeit älter, ohne dass es eine Tose oder weiß ich nicht, was macht. Und wir haben das Pferd in seiner natürlichen Balance. Es kann gleichmässig wachsen. Es ist immer so, wenn wir eine Struktur entlasten, belasten wir eine andere Struktur. Wir können nicht das Gewicht vom Pferd wegzaubern, wir können nur Gewicht verlagern oder gleichmässig verteilen. Das ist die Idee von der Hufballance, dass wir das Gewicht gleichmässig auf die Strukturen verteilen. Ja, super. Du erklärst das so toll. Also drum, das ist schon glaube ich eins deiner großen Steckenpferde, dass du dein Wissen an so viele Menschen weitergibst, weil es für mich so erklärt ist, dass ich es einfach verstehen und nachvollziehen kann. Und das finde ich, ja, ich kann es mir bildlich vorstellen, wenn du mir das erklärst. Top. Schönen Dankeschön. Ja, es ist ja auch meine Intention, ich möchte nicht einfach, was ist richtig und was ist falsch. Es ist so schwierig, auch für die Leute zu entscheiden oder für Hufbearbeiter, Hufschmiede, die eine Ausbildung gemacht haben, was ist richtig und was ist falsch. Ich möchte nur erklären, wie ein Huf funktioniert. Und dann kann sich jeder selber ein Bild machen, was ist für den Huf richtig oder was ist für den Huf falsch. Ich bin weit weg davon zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern man muss den Huf verstehen, seine Strukturen verstehen und dann kann man ihn auch dementsprechend individuell bearbeiten, ohne dass wir einen Haufen Fachwörter benutzen, um uns selber wichtig darzustellen, sondern es soll jeder verstehen, was ich erzähle und die Zusammenhänge verstehen, weil dann versteht man auch den Huf. Gibt es von dir eigentlich ein Netzwerk? Wir haben Zuschauer aus aller Welt sage ich jetzt mal und sagen wir mal, ich wohne in Kiel, kann ich dann bei dir auf der Homepage nachschauen, hast du in Kiel jemanden als Hufbearbeiter, gibt es da eben ein Netzwerk? Ja, es gibt eine Bearbeiterliste, mittlerweile hatte ich schon 400 Absolventen in meinen Kursen, sind aber sehr taghaft mit auf der Liste schreiben, ich glaube das ist aber auch ein Problem von mir, weil ich finde, ich mache nichts Besonderes, ich finde, ja, ich mache einfach Huf Hufbalance, weil sie einfach wissen, das ist eigentlich das Normalste der Welt, dass ein Huf so bearbeitet werden soll und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ich habe es vorher schon gesagt, bei der S-Balance hätte jeder nach zwei Tagen zertifiziert werden sollen, bei der Hufbalance habe ich das von Anfang an nicht eingeschürt, bei mir gibt es erst nach fünf Kurse, also nach 15 Tagen gibt es das Hufbalance Zertifikat und das personalisierte Logo, weil erst nach dieser Zeit die Leute überhaupt das Konzept verstanden haben, obwohl es sehr, sehr einfach und verständlich ist, aber es gibt immer wieder was dazuzulernen. Und jetzt sind wir noch gar nicht darauf eingegangen, dass du ja gar nicht mehr in der Schweiz wohnst, sondern du lebst ja mittlerweile mit deiner Frau und euren Pferden und Hunden in Ungarn und darauf wollen wir im zweiten Teil eingehen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören bei diesem Range Talk wie ich. Wer jetzt sagt, ich habe Blut gelegt, ich will jetzt mehr wissen und mich hat das so angefixt, der kann hier gerne einmal auf die Homepage gehen und sich informieren, einen Kurs buchen, den Andi anschreiben. Er ist natürlich auch auf Social Media aktiv, also kontaktiert ihn gerne, löchert ihn mit Fragen und wir sehen uns beim nächsten Teil.